ja metal leute 5 uhr 30 0 grad das ist der hammer und ja cremiger stuhlgang keine ahnung was los ist schon lange keinen richtigen dünnpfiff mehr gehabt aber egal ja kennt ihr noch diesen dennis leifels der reportage formate für das kollektiv macht und so für den funk halt ja es werden schon einige kotzen funk ja und dennis leifels hat ja damals die schöne reportage da gemacht vor der schanze wo dann so ein typ aufgetaucht ist der den reiner switch geschenkt hat der auch schon öfters in anderen reportagen kam in auf mallorca und schieß mich tot aber der dennis dennis ist nicht der leifels verdammte axt er nennt sich jetzt anders und zwar dennis winter ja echt hammer ich glaube der name leifels ist langsam verbrannt ich habe euch mal den link in die beschreibung oder pin denn als ersten kommentar mal an dann könnt ihr den kleinen text durchlesen und dann könnt ihr euch aufregen denn da bekommt ihr puls also mit auf leute auf leute